Ich stehe heute vor Ihnen, um eine meiner höchsten und wichtigsten Pflichten gemäß der Verfassung der Vereinigten Staaten zu erfüllen, die Ernennung eines Richters des Obersten Gerichtshofs. Wir haben uns im Rosengarten versammelt, um unsere nie endende Aufgabe vorzusetzen, Gerechtigkeit für alle zu gewährleisten und die unparteiische Rechtsstaatlichkeit zu bewahren. Heute ist es mir eine Ehre, einen der brillantesten und begabtesten juristischen Köpfe in der Nation für den Obersten Gerichtshofs zu nominieren. Ihre Qualifikationen sind unübertroffen und ihre Balance ist über jeden Vorwurf, wir haben. Sie ist eine Frau mit beispiellosen Leistungen, einem überragenden Intellekt, erstklassigen Referenzen und unnachgeweiger Loyalität gegenüber der Verfassung. Richterin Amy Coney Barrett